Die Al-Aviten bzw. Nusre sind eine religiöse Sondergemeinschaft des Nahen Ostens, die im späten 9. Jahrhundert im Irak entstanden ist und zum schiitischen Spektrum des Islam gehört. Sie sind nicht zu verwechseln mit den türkischen und kurdischen Al-Aviten, die in der Kizil-Basch-Tradition stehen. Al-Aviten leben heute hauptsächlich in Syrien, der Türkei und im Libanon. Der Hauptsiedlungsraum ist ein Gebiet, das sich von der türkischen Provinz Hatay im Norden südwärts über das syrische Küstengebirge, den Djebel Ansaiye, bis in die Ebene von Akka im Nord-Libanon erstreckt, nach Osten hin bildet der Orontes die Grenze dieses Gebietes. In Hatay selbst finden sich alawitische Gemeinden vor allem in und um Antakir und Samandak sowie in der Küstenebene von Iskenderun. Außerhalb dieser relativ geschlossenen Siedlungszone gibt es noch mehrere alawitische Siedlungsinseln im Landesinneren Syriens. In den Gebieten um Hama und Homs und auf den Golanhöhen sowie in der türkischen Kukurova-Ebene in den Gebieten und um die Städte Mersin. In Tarsus und Adana in der älteren Literatur wird außerdem eine alawitische Gemeinde für die Stadt Anna am mittleren Euphrat erwähnt. Durch Arbeitsmigration sind im 20. Jahrhundert auch bedeutende alawitische Gemeinden in Damaskus, in der libanesischen Stadt Tripoli sowie in verschiedenen westlichen Ländern entstanden. Die genaue Anzahl der Alawiten ist nicht bekannt. Schätzungen gehen von drei Millionen Alawiten weltweit aus. Bezeichnungen Der Name Alawiten wird erst seit dem späten 19. Jahrhundert für diese Gruppe verwendet. Vor dieser Zeit war Nusriya der allgemein übliche Name für sie. Er leitet sich von Mohammed Ibn Nusra an Yumeri ab, der als Gründer der Nusriya gilt. Dieser trat um 860 für den 10. Imam der Schiiten Ali Al-Hadi An-Naki in Erscheinung. Um den Ruch des Sektiererischen ihrer Vorfahren abzulegen und um sich selbst als Teil der großen schiitischen Gemeinde zu präsentieren, begannen die Nusriya Ende des 19. Jahrhunderts sich als Ali-Anhänger zu bezeichnen. In der Türkei werden die Alawiten heute als Arab Ali Vileri oder auch als Güney Ali Vileri bezeichnet. Um die Unterscheidung von den Alawiten BZW. anderen Anhängern alles eher herunterzuspielen. Der Begriff Nusriya wird heutzutage vor allem von Islamisten bevorzugt, um die islamische Natur der Glaubensgemeinschaft in Frage zu stellen. In den eigenen Quellen der Nusriya tauchen noch andere Selbstbezeichnungen auf. Insbesondere die unverfänglichen Ausdrücke Mouwahidun und Ahl al-Tauhid, die die Gruppe als monotheistisch kennzeichnen. Ein weiterer Name, den die Alawiten für ihre Religion verwenden, ist Pfad der Jumbulana. Benannt nach dem dritten Scheich Abu Mohammed Abdallah al-Jenen al-Jumbulani. Der als einer der ältesten Autoren der Nusairischen Religion gilt Geschichte. Die Nusairia entstand im späten 9. Jahrhundert im Milieu der irakischen Gulad-Sekten. Die Mythologie und Terminologie dieser Sekten findet sich in der nusairischen Literatur fast unverändert wieder. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts trat in diesem Milieu der Araber Abu Shuai ibn Mohammed ibn Nusair aus dem Stamm der Banu New Mehmet. Dem Anspruch auf, der BAB des 11. schiitischen Imams Hassan al-Askari zu sein. Die von ihm geführte Gemeinschaft wurde von der Familie der Banu El-Furat unterstützt, die als Sekretäre und Vesere im Dienst der Abbasiden standen. Ein Rivale um die Führung der Gemeinschaft war Ishak ibn Mohammed al-Ama. Auf ihn geht die mit der Nusairia rivalisierende Schwester Sekte der Ishakia zurück. Nach dem Tod ibn Nusais, der zu unbekanntem Zeitpunkt erfolgte, übernahmen nacheinander Mohammed ibn Juh und Dab und al-Jenen al-Junbulani die Führung der Nusairia, die offenbar aber nur geringe Führungsqualitäten hatten, sodass die Gemeinschaft viele Anhänger verlor. Wesentlich erfolgreicher war al-Husain ibn Hamdan al-Jahsibi, der offenbar von al-Junbulani in die Nusairische Lehre eingewiesen wurde. Der aber auch mit einem anderen Anhänger ibn Nusais Ali ibn Ahmad aus Turba, einem Dorf bei Kabbalah, in Verbindung stand. Al-Jahsibi predigte ab 926 öffentlich in Bagdad, wurde inhaftiert. Floh aus der Haft und verbreitete anschließend die Nusairischen Lehren in Syrien und in Herren, wo eine erste Gemeinde mit 51 Anhängern entstand. Nach der baietischen Machtübernahme in Bagdad kehrte er in den Irak zurück und verfasste dort sein Sennschreiben Arizala Rastbaia für den baietischen Emiri ZZ Edaula Bhaktia, der, wie sich aus den zahlreichen panegyrischen Äußerungen über ihn in den Nusairischen Schriften erschließen lässt. Die Nusairie im Irak unterstützte. Die Führung der irakischen Gemeinde legte Al-Jahsibi in die Hände von Ali ibn Esa al-Jisri, während er selbst schon bald wieder nach Syrien reiste, wo er am Hof des schiitischen Hamdaniden Herrschers Saifat Daula die Nusairischen Lehren verbreitete. Mit Al-Jahsibi verlagerte sich das Zentrum der Nusairie nach Nordsyrien. Nach seinem Tod übernahm Mohammed ibn Ali al-Jili einer seiner Schüler aus dem Kreis in Herren die Führung der Gemeinschaft. Von Aleppo aus steuerte er ein Netz von Nusairischen Gemeinden, das neben Herren jetzt auch Städte wie Beirut und Tiberias und Tripolis umfasste. Für sie schrieb er nicht nur Werke, die die esoterischen Lehren der Sekte erklärten, sondern auch Sammlungen von religiösen Gutachten. Die besonders der Frage der Initiation in die Gemeinschaft viel Aufmerksamkeit schenkten. Nach alawitischer Überlieferung wanderte Etabarani 1032 wegen der unaufhörlichen Kriege von Aleppo nach Latakia aus, um sich dort niederzulassen. Die byzantinische Rückeroberung von weiten Teilen Westsyriens in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts führte dazu, dass die nusairischen Missionare jetzt zum großen Teil auf christlichem Territorium operierten. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der nusairischen Literatur wider, die die eigene Lehre nun vor allem vor dem Hintergrund christlicher Vorstellungen darlegt. Am stärksten zeigt sich diese Tendenz bei Maimon et Tabarani, der in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts die Führung der nusairischen Gemeinschaft übernahm. Er entwickelte einen neuen nusairischen Festkalender, in den auch christliche Feste integriert waren. Neue religiöse Konkurrenz erhielt die nusairia durch das in dieser Zeit aufkommende Drusentum, das Syrien als eines seiner wichtigsten Mischensgebiete betrachtete. Hamza ibn Ali, der Gründer des Drusentums, fasste mehrere Schriften gegen die nusairia ab, in denen er deren Lehren zu widerlegen versuchte. Für die weitere Geschichte der nusairia war es von großer Bedeutung, dass im 11. Jahrhundert zwei Familien im syrischen Küstengebirge, die Banu Huritz und die Banu El-Ama, ihre Lehre übernahmen. Während die nusairischen Gemeinden des Irak sowie die von Herren Aleppo und Tiberias zu jener Zeit einen Niedergang erlebten, wurde der Jabal, das syrische Küstengebirge, zum wichtigsten nusairischen Einwanderungsgebiet. Die Herrschaft der Kreuzfahrer in Antiochien und Latakia scheint die Ausbreitung der Sekte über das unzugängliche Gebirge im Hinterland nicht beeinträchtigt zu haben. Im frühen 13. Jahrhundert gerieten die Nusairia im syrischen Küstengebirge allerdings in eine immer schärfere Konkurrenz zu den nizaritischen Ismailiten, die hier eine Kette von Festungen unterhielten, sowie zu neu eingewanderten Kurden. Als es nach 1218 in der Festung von Sayun zu einem Massaker an Nusirian kam, erhielten diese von einem schiitischen Emir, Al-Hassan al-Makzun as Sincharie, Hilfe aus dem Sinchargebiet. Der Emir rückte 1222 mit 50.000 Kämpfern in das Küstengebiet vor, schlug nizariten und Kurden in die Flucht und vernichtete auch die mit der Nusiria rivalisierende Ishakia, die im Küstengebiet noch einige Anhänger hatte, damit erhielt nun das syrische Küstengebirge einen eindeutig nusairischen Charakter. Nach alawitischer Überlieferung fand in der Stadt Anna am mittleren Euphrat im 13. Jahrhundert eine Art Konzir statt, zu dem Vertreter aus Bagdad, Aleppo, Latakia und dem Djebel Ansairia kamen, um eine Lösung im Glaubensstreit mit den Ismailiten zu finden. Diese und eine weitere Versammlung 1291 in Safita endeten erfolglos. Nachdem 1260 der Mamluke Azzetzei hier bei Basyrien erobert hatte, gab es von staatlicher Seite Versuche, die Nusiria zum Sunnetentum zu konvertieren. 1317 kam es daraufhin zu einem nusairischen Aufstand, bei dem sich der Anführer selbst zum Madi erklärte. Der han-balitische Gelehrte Ibn Taimiyah erklärte wenig später in einer Fatwa, dass Nusiria dem Islam mehr schadeten als Christen und Juden und getötet werden müssten. Er konnte sich mit seiner Auffassung allerdings nicht durchsetzen. Die Nusiria wurden im mamlukischen Staat schließlich den anderen nicht-muslimischen Minderheiten gleichgestellt und mussten wie sie die Jizia entrichten. Über die Geschichte der Nusiria vom 16. bis zum 18. Jahrhundert ist nicht viel bekannt. In spätosmanischer Zeit wurden die Nusiria zur Zielgruppe protestantischer Missionare, die sie davon zu überzeugen, versuchten. Dass ihre Religion christliche Ursprünge habe, ausgelöst durch diese Mischensaktivitäten, begann sich unter Sultan Abdul Hamid II. Auch die osmanische Verwaltung für die Nusiria zu interessieren und versuchte, sie dem herrschenden sunnetisch-hanafitischen Islam anzunähern. In diesem Rahmen wurden im syrischen Küstengebirge eine Anzahl von Schulen und Moscheen errichtet. Am Ende des Ersten Weltkrieges begannen die Franzosen, Syrien zu besetzen. Schon bald nach der Besetzung teilten sie das Gebiet in Kleinstaaten auf. Nachdem sie auf der Konferenz von Sanremo vom Völkerbund das Mandat für Syrien erhalten hatten, richteten sie am 31. August 1920 Dekasekunden autonome Territorium der Alawiten ein, das sich aus dem früheren osmanischen Sensshak von Tripolis und einem Teil des Bezirks Masjav zusammensetzte. Am 12. Juli 1922 erhoben sie dieses Gebiet zum eigenständigen Alawiten-Staat, der eine eigene Fahne hatte und zusammen mit den Staaten Damaskus und Aleppo die Föderation der Staaten Syriens bildete. Diese Föderation wurde allerdings im Dezember 1924 schon wieder aufgelöst und durch einen syrischen Staat ersetzt, der Aleppo, Damaskus und den Sensshak-Alexandrette umfasste. Der Alawiten-Staat dagegen wurde als unabhängiger Staat der Alawiten von einem französischen Gouverneur getrennt verwaltet. Erst 1937 wurde das Alawiten-Gebiet mit dem übrigen Syrien wiedervereinigt. Die Alawiten im syrischen Staat in dem 1946 unabhängig gewordenen Syrien bildeten die Alawiten zunächst eine marginalisierte Bevölkerungsgruppe. Lediglich in der Armee spielten sie eine wichtige Rolle. Das lag daran, dass der alawitischen bäuerlichen Bevölkerung meist das Geld fehlte, um sich vom Militärdienst frei zu kaufen. Größeres politisches Gewicht gewannen die Alawiten erstmals 1963 durch die Machtübernahme der Bad-Partei, weil ein großer Teil der Führungskader im militärischen und zivilen Arm dieser Partei Alawiten waren. 1970 übernahm der aus Qadaha stammende alawitische Verteidigungsminister und Luftwaffen-Chef Hafez al-Assad die Macht im Staat und wurde durch ein Referendum am 12. März 1971 als Staatspräsident bestätigt. Das Alawiten-Gebiet profitierte von alle Setsmacht deutlich, vor allem die kleine Hafenstadt Latakia dehnte sich in einem Bauboom weit aus. 1973 wurde auf Druck der orthodoxen Rechtsgelehrten und der sunnitischen Bevölkerungsmehrheit ein Paragraf in die syrische Verfassung eingefügt, der das Bekenntnis des Präsidenten zum Islam obligatorisch machte. Hafez al-Assad hat dem durch demonstrative Teilnahme am islamischen Kultus entsprochen und in seinen Reden versucht, nachdrücklich seine Zugehörigkeit zum Islam zu unterstreichen, da die orthodox-sunnitische Propaganda unter Berufung auf mittelalterliche Sektenbücher den nusairischen Glauben als her ethisch, ja unislamisch zu verketzern bemüht war. In den 1980er Jahren forderten in Syrien Vertreter der sunnitischen Opposition auf Grundlage des religiösen Gutachtens von I.B. in Taimia die Liquidation der Alawiten. Nach den Zusammenstößen zwischen alawitischem Regime und sunnitischer Opposition in den frühen 1980er Jahren wurde das Sprechen über religiöse Zugehörigkeiten in Syrien weitgehend tabuisiert. Dies änderte sich nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs Anfang 2011. Die Bürgerrechtlerin Lubna MRIE bekannte sich bei Reden auf regimefeindlichen Demonstrationen zum Beispiel offen zu ihrer alawitischen Religionszugehörigkeit. Zu einer neuen Verschärfung der Gegensätze zwischen Sunniten und Alawiten, die auch internationale Wellen schlug, kam es im Frühjahr 2013, als die syrische Armee zusammen mit Kämpfern der schiitischen Hisbollah-Miliz eine Offensive startete, um die von Aufständischen gehaltene Stadt Kuseu zurückzuerobern. Bezug nehmend auf diese Ereignisse, rief der katarische Fernsehprediger Yusuf Al-Karadawi am 31. Mai 2013 in einer Freitagspredigt zum Kampf gegen Assad und seine nusairische Gruppe auf. Hierbei verwies er auf das Gutachten von Nibi in Taimiyah, wonach die Nusair ungläubiger als Juden und Christen seien. Im August 2013 kam es nach einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zu einem Massaker an alawiten in der Umgebung von Latakia, Kämpfer der islamistischen aufständischen Organisationen Al-Nusra Front Islamischer Staat im Irak und der Levante Ara Al-Sham. Eish al-Muhajirin Wal-Ansa und Suqwur Al-Izzz griffen demnach am 4. August 2013 dem ersten Tag des Fest des Fastenbrechens. Zehn alawitische Dörfer an, töteten mindestens 190 Zivilisten und nahmen über 200 als Geiseln Glaubenslehren. Da es sich bei den Alawiten um eine geheimere Religion handelt, sind Informationen nur spärlich. Dagegen kursieren viele Gerüchte um die Glaubenslehre und den Kult. Die wichtigste Quelle für die Erforschung der alawitischen Religion war lange Zeit die Enthüllungsschrift eines nusairischen Renegaten-Namens. Suleyman Effendi aus Adana mit dem Titel Die Salomonische Erstlingsfrucht – Enthüllung der Geheimnisse der nusairischen Religion. Sie wurde 1864 in Beirut von protestantischen Missionaren veröffentlicht und schon 1888 ins Englische übersetzt. Suleyman Effendi, der zum Christentum konvertierte, wurde kurz nach der Veröffentlichung Opfer eines Mordanschlags in Tarsus. Auf der Bakura fußte auch die erste Gesamtdarstellung der nusairischen Religion von René Dussos, die 1900 in Paris veröffentlicht wurde. Dussos versuchte nachzuweisen, dass die Nusairier schon lange vor dem Islam im syrischen Küstengebirge lebten und phönizische Ursprünge hätten. In ihrem Namen sah er eine Verbeilhornung der Selbstbezeichnung der Mandir und verschiedene anderer vorkristlicher und judenchristlicher Sekten. Neben der Bakura standen als Quellen noch verschiedene nusairische Handschriften zur Verfügung, die von europäischen Reisenden, insbesondere von Carsten Niebuhr, im 18. und 19. Jahrhundert nach Europa gebracht worden waren. Sie wurden vor allem von Rudolf Strothmann in verschiedenen Studien über die Nusairie ausgewertet. Ab den 1980er Jahren begannen verschiedene Alawiten selber über ihre Religion zu schreiben. Sie betonten darin vor allem die Zugehörigkeit der Alawiten zum Islam und versuchten nachzuweisen, dass die esoterischen Elemente der Nusairier nicht auf extrem schiitische, sondern auf suffische Einflüsse zurückzuführen seien. Nachdem 2006 im Libanon im Rahmen der Reihe Sil Silit et Turat al-Alawi mit der Herausgabe zahlreicher, bisher unzugänglicher nusairischer Schriften begonnen wurde, stehen davor schon nun erheblich mehr Texte von den Gründervätern der Nusairie als Quellen zur Verfügung. Eine erste Auswertung dieser Texte ist in der 2010 veröffentlichten Studie The Nusairie Alavis. An Introduction to a Religion, History and Identity of the Leading Minority in Serie von Jaron Friedman erfolgt. In einem Anhang, der mehr als 30 Seiten in seinem Buch einnimmt, liefert er auch eine inhaltliche Beschreibung der neu zugänglich gewordenen Texte. Ali ibn Abi Talib ist für sie eine Manifestation des höchsten, namenlosen Gottes, des Hurriewigen, des größten Gottes. Nach dem Fall der Lichtseelen hat er sich verborgen und erscheint seinen Geschöpfen siebenmal wieder in jedem Himmel einmal. Trotz seiner wechselnden Gestalt bleibt er immer derselbe, nämlich der Sinn bzw. der Eigentliche. Bei jeder Erscheinung wird er von zwei weiteren Wesen begleitet. Zum einen vom Himmelsvorhang, in dem er erscheint und der ihm als Name dient, zum anderen von der Pforte, die Zutritt zu ihm gewährt. So setzt sich eine Art Dreieinigkeit zusammen, die sich in sieben Zyklen, beginnend mit Abel, Adam und Gabriel, auf Erden manifestiert hat. Der letzte Zyklus besteht aus Ali, Mohammed und dem Prophetengefährten Salman al-Farisi. Kennzeichnend für die nosairische Lehre ist die doketische Auffassung von Ali. Sie waren der Auffassung, dass Ali nur einen Scheinleib gehabt habe. Nach einer Quelle aus dem 19. Jahrhundert wurden die Nosairie aufgefordert, jenen zu verfluchen, der behauptete, dass Ali jemals gegessen, getrunken, geheiratet oder Kinder gehabt habe. Aufgabe der Geschöpfe ist es, Ali in jedem Zyklus, in dem er erscheint, zu erkennen. Da die Seelen dazu nicht imstande sind, hat Ali sie in die Gewänder der Wiedergeburt eingeschlossen. Damit ist bei den Nosairiern die Vorstellung von der Seelenwanderung verbunden. Davon gibt es zwei Typen. Masochia, die Wanderung der Seelenungläubiger in Tierleiber und Nasochia. Die höhere Entwicklung der Gläubigen durch verschiedene Gestalten zu Lichtwesen. In den nosairischen Quellen werden die fünf Säulen des Islam allegorisch ausgelegt. Der Schahada wird zum Beispiel deswegen eine besondere Bedeutung zugemessen. Weil ihr erster Teil La'ilaha illa'el-elaha arabisch zwölf Buchstaben enthält, die auf die zwölf Imame hinweisen sollen. Auch das rituelle Gebet hat eine innere Bedeutung, denn jedes der fünf Tagesgebete steht für eine Person aus der Familie des Propheten Mohammed. Damit, das Fasten im Monat Ramadan, das bei den Nosairiern mit einer zusätzlichen Schweigepflicht verbunden ist, steht für die Pflicht zur Geheimhaltung der eigenen Religion. Die Zakat wird als eine spirituelle Gabe, nämlich die Weitergabe des esoterischen Wissen durch den Eingeweihten an den Novizen, verstanden. Der Hatsch schließlich wird als eine mystische Reise interpretiert, bei der die betreffende Person einen Erkenntnisprozess durchmacht, an dessen Ende der Zustand des vollkommenen Einheitsbekenntnisses steht. Unklar ist, ob mit der allegorischen Auslegung der religiösen Pflichten auch deren generelle Aufhebung in der nosairischen Lehre verbunden ist. Von modernen alawitischen Autoren wurde dies stets bestritten. Die Nosairier teilen ihre Gemeinschaft in einer Allgemeinheit von Uneingeweihten und eine kleine religiöse Elite von Eingeweihten ein. Frauen werden üblicherweise nie in die Religion eingeweiht. Die Einweihung in die Religion erfolgt bei den jungen Männern nach einem fest definierten Ritual. Voraussetzung ist die alawitische Abstammung, denn es ist nicht möglich, in die alawitische Religion zu konvertieren. Das Initiationsritual dient der spirituellen Erzeugung einer neuen Seele. Das Ritual besteht aus zwei Hauptteilen, die sieben oder neun Monate auseinanderliegen müssen. Diese Zeitspanne entspricht der Zeit zwischen Zeugung und Geburt eines neuen genostischen Menschen. Die bei beiden Zeremonien rezitierten Texte stammen, soweit es sich nicht umfasse aus dem Koran handelt, aus dem wichtigsten Ritualbuch der alawiten, dem Buch der Sammlungen. Diese in 16 Abschnitten unterteilte Sammlung wurde nach alawitischem Glauben vom Propheten Mohammed selbst an die Eingeweihten übergeben. Die Sammlungen wurden von Süleyman al-Adani komplett überliefert und ausführlich kommentiert. Das Buch liegt in einer englischen und französischen Übersetzung vor. Die grundlegenden usairischen Feste sind im Festkalender von Maimon al-Tabarani festgehalten. Dazu gehören, das Fest des Fastenbrechens, das Opferfest und die Nacht zur Mitte des Schaban als allgemein-islamische Feste. Das Gadir-Fest am 18. DHUL-Hidja zur Erinnerung an die von den Schiiten angenommene Einsetzung alles durch Mohammed Taich von Scham. Das Mubahala-Fest, das Firash-Fest. Das Ashura-Fest und das Gedenken an die Ermordung von Umar ibn al-Tab als spezifisch schiitische Feierlichkeiten. Das christliche Weihnachts- und Osterfest. Nurutz und Mehrgan als persische Feste. Und der 17. März als spezifisch nosairischer Festtag, an dem eines Wunders gedacht wird, das Hassan al-Azkari durch seinen BAB Mohammed ibn Nusser bewirkte. Das zu den Festen praktizierte Ritual setzt sich aus einer ganzen Reihe von Kulthandlungen zusammen, unter ihnen auch zahlreiche Niederwerfungen. Trettenden des Rituals sind scheiche Angehörige aus notablen Familien, in denen über die Generationen hinweg die Kenntnis der theologischen Bücher, der Traditionen und der Ritualtexte gepflegt wird, die Gemeinde ist von den Initiationen und Festzeremonien nicht ausgeschlossen. Bei den Kulthandlungen treten immer drei Scheiche gemeinsam auf. Sie repräsentieren die Dreiränge des Imams, des Nakibs und des Najibs. Zugleich symbolisieren sie die himmlische Dreieinigkeit Mana ISM-BAB. Bei den heutigen Alawiten gibt es darüber hinaus eine große Anzahl von lokalen Heiligtümern, die als Masa bzw. Ciara bezeichnet werden. Die Formen dieser Heiligtümer variieren. Einige bestehen aus einem umfriedeten heiligen Baum, andere aus einem getünchten, überkoppelten Bau, der ein Grab enthält. Es kommen aber auch einfache, gemauerte Würfel inmitten eines kleinen Hofes vor. Häufig befinden sie sich auf kleinen Anhöhen, in der Nähe von Quellen oder inmitten von kleinen Heinen. Jede Ciara ist einem Propheten oder lokalen Heiligen gewidmet, nachdem sie ihren Namen hat. Viele Heiligtümer sind bei den Alawiten auch dem Cittur gewidmet. Ein besonders großes alawitisches Cittur-Heiligtum steht in der Nähe von Samandaka an der Mündung des Orontes ins Mittelmeer. Religiöse Untergruppen bei den Alawiten Schon seit dem frühen 19. Jahrhundert ist bekannt, dass es bei den Alawiten verschiedene Untersekten gibt. Die Angaben zu der Anzahl und den Namen dieser Sekten sind allerdings widersprüchlich. Am bekanntesten ist die Rivalität zwischen Aydaria und Kalazia. Erstere soll auf einen gewissen Ali Aida aus der Gegend von Antakir zurückgehen, letztere auf Scheich Mohammed Ibn Yunus, der um 1600 in dem Dorf Kalazub bei Antakir auftrat. Die Aydaria ist vor allem im Norden des alawitischen Siedlungsgebietes verbreitet und wird deswegen auch Sharmalia genannt, die Kalazia. Deren Anhänge eher im Süden des Siedlungsgebietes zu finden sind, hat dementsprechend den Beinamen Kiblia. Weitere Namen für die beiden Gruppen sind Shamsia und Kamaria, die offenbar damit zu tun haben, dass das göttliche Licht bei der einen Gruppe mit der Sonne und bei der anderen mit Demonschein identifiziert wird. Unterschiede zwischen Aydaria und Kalazia bestehen ansonsten nur hinsichtlich des Ablaufs von rituellen Handlungen und der Bad Tracht der Scheiche. Neben Aydaria und Kalazia gab es früher bei den alawiten noch eine weitere religiöse Untergruppierung mit dem Namen Gaibia. Felix Dupont erklärte ihren Namen damit, dass ihre Anhänger einen verborgenen, abwesenden Gott anbeten. Die Gaibia scheint heute ganz in der Morshidia aufgegangen zu sein, einer religiösen Gemeinschaft, die von Suleyman Morshid begründet wurde und in Syrien etwa 100.000 bis 200.000 Anhänger hat.